Ach, guten Morgen aus Berlin. Irgendwie bin ich total rot und hab hier schwitzige Stellen im Gesicht. Was ist denn da los? Ich komme gerade aus dem Bad. Die Nachwehen vom Laufen können es nicht sein, aber erstmal zum Datum. Heute ist Samstag, der 27. August 2016 um 11.12 Uhr. Etwa zwei Stunden habe ich noch, dann fängt DSA an. Ich werde jetzt erstmal mehr Frühstück organisieren und dann ein bisschen Fallout spielen. Ob ich streame oder nicht, muss ich dann spontan entscheiden. Ich glaube schon, aber eigentlich könnte ich auch mal ein bisschen ohne Stream zocken, um mich völlig auf das Spiel zu konzentrieren. Ich weiß es noch, das werde ich gleich entscheiden. Ja, heute ist Samstag. Ich war beim Laufen, aber nicht im Sportstudio, sondern im Tiergarten. Denn, ja, mein Fahrrad ist kaputt. Der Rahmen ist irgendwie gebrochen. Ich habe mich die letzten Tage und Wochen immer gewundert, warum knackt das denn so beim Treten? Knack, knack. Dann habe ich runtergeguckt, nichts gesehen. Und, ja, als ich dann heute früh aufs Fahrrad steigen will, fahre ich los, denke mir so, hm, der Hinterreifen ist ganz schön platt und der war komplett platt. Entweder bin ich durch Glas gefahren oder es hat jemand nachts, das Fahrrad stand halt unten, den Reifen durchstochen. Jedenfalls, ja, da dachte ich mir so, shit, naja, musste aufpumpen. Oder vielleicht zur Fahrradwerkstatt fahren. Oder laufen, besser gesagt, um das Ding zu reparieren. Ja, dann gucke ich so und denke mir so, hm, irgendwie sieht der Rahmen seltsam aus. Und da ist der Rahmen richtig zerbrochen. Also, wenn ihr mal auf Facebook bei mir schaut, seht ihr ein Bild, das ist halt, das Rohr ist komplett abgebrochen oder, also, sieht fast aus wie abgeschnitten. Also, es sieht seltsam aus. Also, nicht wie zerrissen oder abgeknickt, sondern halt richtig einmal rundherum gebrochen. Ja, ich habe jetzt erst mal mal eine Nachricht geschickt. Der ist ja noch im Urlaub mit der Familie in Österreich. Wenn er wiederkommt, wird er bestimmt was zu sagen können. Ob man das noch schweißen kann, reparieren, ob sich das lohnt oder ob man dann eher guckt, dass man sich ein neues Rad zulegt. Für mich ist es wieder Glück im Unglück, Pech im Unpech? Nein, also Pech einfach. Ich meine, ich hatte ja vor, im August keine Serien zu gucken. Ja, und dann geht Mitte Juli, Ende Juli der Fernseher kaputt. Und ich so denke, sag mal, was soll das? Dann habe ich das nicht gemacht im August. Ich habe ja im August keine Challenge gemacht. Die nächste ist jetzt erst im September. Und jetzt habe ich im September die Challenge, nur zu laufen. Also, nicht irgendwas zu fahren. Kein Bus, kein Auto, keine Rolltreppe, kein Fahrstuhl und kein Fahrrad. Und jetzt geht das Fahrrad kaputt. Und du denkst dir so, hä, es sind doch noch drei, vier Tage. Wieso muss denn jetzt das Rad schon kaputt gehen? Naja, und deswegen bin ich heute auch nicht zum Sportstudio gelaufen, sondern dachte mir, was soll's, du hast jetzt die Sportsachen schon an, bring das scheiß Rad nach oben und dann rennst du hier einmal durch den Tiergarten. Das habe ich auch gemacht. Das war ganz angenehm. Ich finde aber, Laufen auf der Straße draußen an der frischen Luft ist irgendwie anstrengender als auf dem Laufband. Auf dem Laufband ist das irgendwie total entspannt, in Anführungsstrichen. Man schwitzt natürlich auch, aber man kann irgendwie länger durchlaufen. Und auf der Straße finde ich das zumindest zum einen von der Motivation her. Der Boden bewegt sich ja nicht. Man kann jederzeit stehen bleiben. Dann hast du Ampeln. Die Atmung funktioniert irgendwie bei mir auch draußen an der frischen Luft anders als jetzt auf dem Laufband. Ja, mal gucken. Also ich muss schauen, wie ich das jetzt die nächsten Tage und Wochen mache. Im September, wie gesagt, ist ja diese Challenge, dass ich alles nur zu Fuß erreiche. Da wollte ich eigentlich als Ausnahme auch das Laufband nehmen, weil ich bewege mich ja nicht von A nach B, sondern ich bleibe ja auf einem Fleck stehen und renne. Da kommt aber noch irgendwas als Video dazu die nächsten Tage. Mal gucken. Ich werde jetzt erstmal schauen, ob Jasper sich meldet oder ob er sich dann meldet, wenn er wieder aus dem Urlaub zurück ist. Das ist ja irgendwann Anfang September. Und ob man mein Rad irgendwie retten kann. Ich fände das echt super schade. Ich habe das jetzt schon vier Jahre, bin glaube ich zwei Jahre jetzt damit immer gefahren und mag das, wie man damit vorwärts kommt. Ich trete und bin schon zehn Kilometer weiter, so nach dem Motto. Und das Geräusch von dem Hinterrad ist total bekloppt eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, dass ich so solche Sachen toll finde. Aber egal, so ist das nun mal. Naja, gut. Also, ich wünsche euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende, einen schönen Samstag, auch bei 33 Grad oder so, die es heute werden sollen. Wir werden in der Bude hocken bei den Temperaturen und DSA spielen, wie passend. Und ja, mal gucken, wann Germania auftaucht. Er ist, glaube ich, schon unterwegs. Er will noch vorher einkaufen. Und ich werde, wie gesagt, jetzt erstmal Frühstück organisieren. Frühstück organisieren und dann ein bisschen Fallout spielen. Ja, gut. Dann, wie gesagt, kommt gut in den Tag, kommt gut durch den Tag und ich melde mich morgen einen Vormittag bei euch. Also, bis dann. Tschüss.